willkommen zurück zu hero zero weiter geht's aber ich habe natürlich den kimber jetzt hier ein bisschen gelevelt ist schon auf 21 als ich habe ich nebenbei auch noch ein bingem wegen der hero-ko-woche den alpha mal gelevelt auf 10 bis 68 machen das reich geht mich schneller und dann aber nur alle begleitet durch durch leben die ihr habt ich glaube ich mehr punkte bis 68 reicht vollkommen habe ich jetzt nicht so viele punkte gesammelt bis jetzt aber es war nicht so wichtig wie ehrlich gesagt sie nur solikon zwei nach sie punkte die soviel aber zehn saison punkte sowieso sicher und acht fähigkeitspunkte reicht natürlich oder bei 300 punkte oder was sein das will sich anderen energie beschweren komplett weg alles weggeballert alles weg keine energie mehr da kenne noch keine mehr für einmal einmal bei nur für donut kaufen aber das ist natürlich nicht schon alles verballert hier bin ich jetzt bei 309 punkte die raffi auch schon durch mit modifikationen vielmehr werde ich heute auch nicht mehr erreichen heute wo nicht mehr sind noch 16 tage titel ist auch schon in greifbarer nähe und nicht mal so weit entfernt vielleicht zwei tage vielleicht denn habe ich den titel auch schon hier fehlen wir noch wir sind eine 331 zeitmissionen nebenbei glückspyramide kein glück gehabt habe ich nur hier die schuhe bekommen erst mal ab in der bank gepackt na klar der liebe schon wieder durch nur für die wochenaufgabe noch verstecken von nur eine zeitmission mancher morgen gar kein thema eine einzige sechs tage zeit für eine einzige zeitmission kein thema verstecken für mich heute noch ein bisschen auch schon 28 heute gemacht warum nicht nur können gewinnen natürlich eine gewinnen gewinnen alles schon gemacht aber ich habe ich habe ich habe urlaub habe ich ein bisschen viel ja vielleicht ein bisschen zu viel gezockt aber egal wie gesagt hier ist jetzt komplett voll da habe ich alle fünf teile da habe ich alle beide teile komplett von der aktuellen saisonaufgabe das noch aber kommt das noch dauert ein bisschen titel kommt auch noch kein thema waschmaschinen muss ich auch noch 331 mal waschen dann habe ich den erfolg auch heute schon gemacht noch zeigen natürlich für den donat machen aber warum warum geguckt shop ich muss noch da trauen hat 34 74 mal waschen dann habe ich den erfolg auch fertig aber doch natürlich noch eine angebote einholen sowieso noch am tag genau jetzt habe ich es mal viermal gemacht und muss man nicht machen 100 mal am tag also 100 donat ne 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 auch nur einen blöden gegenstand bekommen für sieben fähigkeitspunkte 36 energie und halt den gegenstand 100 100 donats ausgeben sind fast zehn euro fast aber man kriegt ja angebote auch 125 150 donats für ein zähler manchmal aber später können wir später machen im moment jetzt nicht so die ellen wieder eins machen wir haben jetzt fast bei 100.000 fast also es geht auch da gut voran das ist ja nicht so wichtig aber auch warum nicht hier dauert noch ein bisschen 400 minuten konnte ich wieder einen angriff machen 109 karina kann ich angreifen kein thema weil mir auch ungefähr immer so bei 16 bis 1800 ungefähr sondern am schwanken moment noch nicht stärker ich werde umso mehr punkt natürlich auch klar logisch aber dauert noch kein thema kann heute noch zwölf mal angreifen dann schaffe ich sowieso mehr menschen wieder mehr aber auch schon zehn mal gewonnen bestritten zehn mal schon gemacht zehn mal könnte ich noch kriege auch nicht mehr hin heute mehr vielleicht noch gucken 67 66 vielleicht noch 66 bis 7 kriegt vielleicht noch hin so muss man sein halten da wird auch schon noch fast alles fähig dann noch vier einheiten ich habe einiges bekommen heute wieder einiges aber schon mal alles wieder weg gemacht das wurde einmal noch kraft machen für vier einheiten bräuchte nur vier habe ich noch mehr kraft machen hier kann ich auch wieder weitermachen wir haben schon 29 mal heute gewonnen die verloren ab aber egal ist nicht so wichtig auch hier immer weitermachen 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 auch mir sagt ein einziger bot der reicht ein bot reicht da wird man sich überheben den kack hier aber wie ihr seht immer noch immer noch nicht wirklich behoben weil ich habe bei schon voll superkleber zionit von 13 stunden warten dann könnte ich wieder hier genau manchmal wohl die versteckzentrale schon auf 21 können mich dann die lagergrenze weiter erhöhen ja und natürlich auch mehr münzen pro stunde und so weiter und so weiter nicht verkehrt geht da bis 50 wir haben aber 20 wird wahrscheinlich dann wohl zwei wochen dauern und zwei wochen bestimmt die versteckzentrale jetzt schon also was wirklich sehr sehr lange aber egal wie gesagt hier 13 stunden 10 minuten das heißt bei euch wäre es dann genau war mittags mittags und zwölf ungefähr sein der generator fertig auf 20 oberen beiden oben und unten viel noch auf 20 sind die drei schon mal durch ok hier natürlich auch noch mal die weitere modifikation immer weiter immer weiter ja sonst wie gesagt der hibokon aufgabe bin ich natürlich nicht so gut dabei aber ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig erfahrung mal gucken 13 heute machen 142.000 gemacht nur heute wie ich auch wieder zehn saisonpunkte fünf donuts und zwei fähigkeitspunkte warum nicht warum nicht das heute kann ich natürlich nichts mehr machen aber geht auch noch bis 20 10 also noch fast eine woche und gucken wie weit ich da kommen ja viel höher wenn ich nicht kommen aber gucke ich habe jetzt viel zeit kann ich alles schön verballern naja alles gut fähigkeitspunkte ok nämlich mit klar ne nehm ich mit ich hab die nicht gekauft nur halt durch missionen oder die kämpfe die duelle verstecken von so weit ne ich dann manchmal auch der durch die einzelnen schritte bonus auch fähigkeitspunkte da habe ich wohl schon wie viele jetzt mittlerweile irgendwie auch bekommen keine ahnung egal 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 ich nehme mir mit klar kann mich die punkte hier nicht sehen gemacht hätten ein bisschen komisch aber egal egal nämlich gerne mit ja sonst gucken was haben wir schon das angebot wenn auch hier 11 euro 150 stück kosten 11 euro 100 100 100 bräuchte dafür den erfolg 100 mal den shop am tag erneuern sind also rund 6 euro 67 euro geht eigentlich noch gehe ich noch aber jetzt ist mir nicht etwas später mal man machen mal gucken ich weiß es nicht da kommt aber immer wieder rein immer wieder nur darauf achten natürlich natürlich der beste aber 55 euro 1050 ton hat nein nein das mache ich nicht das mache ich nicht wenn es natürlich hier in der auger hier den ganzen kram natürlich wollte hier auch noch unter der hand der sind auch immer da aber 35 euro für ein bisschen teuer ich bin teuer noch jeweils im begleiter dabei jetzt kann ich auch sonst so bekommen kann das weiß ich gerade gar nicht weil ich ein bisschen teuer jeweils 35 euro nein das ist mir ehrlich gesagt zu teuer aber egal die welt kann man es nicht mehr machen hier kann man genau 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 die karina kann man auch noch machen wieder zwölf punkte alles klar punkte jetzt keine bekommen ja klar das sind meine aktuellen werte mit dem kim bei jetzt ne ich will nach wieder wechseln auf auf den anderen anderen an das pilz als im level halten ein paar punkte machen wird wohl dann den einfach vielleicht mal nehmen weil ich nur bis sechs erst mal machen geht glaube ich schneller macht glaube ich mehr sind die bis 6 0 zu level dann immer wechseln 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 wir haben ja klar das wäre ich wohl eher machen das kann ich ja heute nicht mehr viel machen außerhalb duelle liga kämpfe und halt verstecken viel mehr kann ich heute nicht mehr machen alles schon weg alles schon verballert aber egal 5 millionen aber dort noch eine ganze ecke 38 nur so nebenbei egal es läuft natürlich gerne unten reinkommen aber 370 dort und dann noch ein bisschen da noch ein bisschen aber ich bleibe dran ich mache weiter mein ziel ist ja ich habe hier mal hingeschriebene ziel 1000 plus 28 das boden fing an alle vor knapp acht monate keine acht monate her wenn es bei 338 gut ist keine ahnung keine ahnung ich mache einfach weiter ich mache so gemütlich eine ganz entspannt kann natürlich schon viel weiter sein wenn ich wollte aber egal ich mache so wie ich will und fertig nämlich sagen wir uns die nächsten folge von zero bis dahin schön mit